Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbstraumselite Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung. Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein! Antonius die Strenge! Otto, sicher die Balken! Wir rücken zur schenten Stunde aus! Ja, Herr! Wir werden Komodos retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Psst! Hörst du das? Nur der Wind. Da drüben! Es ist nur ein Hirsch! Nur ein Hirsch! Wir werden beobachtet! Wenn sie kämpfen wollen, warum kommen sie dann nicht raus und kämpfen? Mach schon! Ruhe da! Wovor hast du solche Angst? Wir sind Träumer! Wir sind die Vierzehnte! Da bewegt sich was! Es ist in den Nebel gerannt! Ich hab's gesehen! Irgendein Tier, irgendein Tier auf zwei Weiden! Ruhe, Männer! Ja, diese Bieste hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer! Ich kundschafte voraus. Hinterhalt! Runter hier! Fabius! Wir sind die Kötter uns schützen. Das muss Gott sein! Wir müssen wieder raus! Es sind zu viele! Was ist das für mich? Feuerball! Feuerball! Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss meine Männer finden. 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 Was ist das? 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 Um das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?